In drei Kategorien je nach Mitarbeiterstärke ist am Montag bei Tisoware der Butzeles-Preis des Fördervereins des Reutlinger Familienforums vergeben worden. Damit werden kinderreiche Unternehmen ausgezeichnet. Der Preis soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichtbarer machen und stärken. Preisträger sind die Baral Geohaus Consulting AG mit sechs Geburten und die Oberlindenschule mit sieben Geburten. Die Firma Riele und Assoziierte bekam den Trost Butzelle. Mit 500 Mitarbeitern und 94 Geburten sicherten sich auch die Reutlinger Kreiskliniken den Butzeles-Preis. Im Anschluss wurden vier Neugeborene noch zum Butzelle des Jahres ausgelost. Für musikalische Unterhaltung sorgte ein Klarinetten-Duo.